So, was ist jetzt los? Oh, er kann rennen. Dann geht's wieder besser. Er kann auch springen. Oh! Was kann er noch? Okay, sonst kann er gar nichts. Er kann nur... Er muss jetzt erstmal alles dazulernen. Dann lernt er erstmal jetzt kriechen. Okay, es wird immer lauter irgendwie. Wir schauen gerade nicht leise. Oh, eine sehr schöne Welt. Wahnsinn. Ich soll kurz das Spiel ein bisschen leiser machen. So. Es hat ein bisschen was von The Outer Worlds und... Die Outer Worlds, Entschuldigung. The Outer Worlds. Und... Wie heißt denn das? Planet Sky, ne? Planet Sky, oder? Ja. No Man's Sky. So, No Man's Sky. Planet Sky. Was ist denn... Höh! Da fängt das schon mal gut an. Ah, wir haben aber auch keine Leben oder so. Perfekt. Ich hab schon gedacht, ihr frisst mich jetzt gleich. Aber er hat gerade an der Pflanze genannt. Hätte ich irgendwie drauf kommen müssen. Dass der Pflanzenfresser ist. Okay, das ist einfach nur so ein Jump-in-Run-Game, oder was? Aber das Level-Design gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schöne Farben. Kann er klettern? Ja. Mal hier. Oh, wer ist er denn? Also es ist eine Pflanze. Oder? Der hatte doch gerade Augen da oben, oder? Da hab ich falsch geguckt. Ah, nee. Also rote Puzzeln. Okay, das ist echt ein reines Jump-in-Run-Game, ne? War sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich konnte da interagieren. Äh, damit mich keiner sieht, oder was? Achso, nee, zum Ranziehen. Weiter geht's nicht, oder was? Nee. Okay. Ah, okay, gut. Sonst wär ich da nicht hochgekommen. Okay, ich verstehe die Geschichte aber noch nicht so ganz. Weil bis auf, dass ich hier durch die Welt laufe, passiert hier jetzt wirklich nichts, ne? So. Interactive-mäßig. Jo, 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 jo. Ich bin auch gesprungen, ey. Okay, machen wir nochmal. Machen wir jetzt mal die schnelle nochmal. Ich bin auch, sag mal, ah, okay, gut, ich hätte einfach warten müssen. Okay, gut, sorry. Ich springe doch lieber, bevor mir irgendwas unterm Arsch wegbröselt. Ah, okay, okay. Ich hab grad schon so ein bisschen auf dem Bürostuhl ausgewichen. Oh, was ist hier los? Avatar, oder was? Oh, oh. Aber sieht sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Oh, was ist hier? L2 und, äh, R2. Ah, okay, gut. Das sind, glaub ich, irgendwelche Fähigkeiten von ihm. Oh, er kann den Tag wechseln, oder was? Oder spule ich jetzt einfach nur vor, weil er hat irgendwas an seinem Helm auch. Ja, die Fähigkeiten hätte ich ja auch gerne. Da würde ich mich quasi immer in meinen Freitag teleportieren. Jetzt kaputt, ey. Okay. Okay, ich kann hier hochklettern, ja. Ich bin schon an der Ranke. Hallo. Was ist das denn für eine Figur? Sag mal. Okay, hier komm ich nicht mehr weit. Ah, doch. Oh. Falsche Richtung fast gewesen. Äh, ja. Hallo? Wie geht's jetzt hier weiter? Okay, aber ich kann nicht sterben. Man kann nur runterfallen. Okay, gut. Ja, ist ja gut jetzt, Kinder hier. Was ist los mit euch, ey? Sag mal, ist Brumpfzeit, oder was? Ja, schon ein bisschen. Triggert mich schon ein bisschen gerade. Ich muss das jetzt mit dem Level, äh, jetzt gerade mal raus, ganz schnell, ja? Neeeee. Ja, ist gut, Harry. Ruh dich. Höh. Ja, komm. Wilfried, dann lauf aber auch. Gehen wir mit der Kackstifte. So, hier ging's nicht weiter, ne? Hier komm ich auch nicht hoch, oder so. Gut, dann gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig nochmal hier runter. Und gehen hier durch. Ah, und dann hier außen hoch. Ja, ich seh... Ich seh's schon. Boah, Gott, ey. Gott, ey. Ich find's ja jetzt schon stellenweise echt heftig, ey. Gut, das find's aber ein Kraftakt. Uh, was ist da hinten für ne Kugel, ey? Sieht aus wie ein Europa-Park, ne? Nur halt auf Bergen. Das ist ja hier runter, wa? Uiuh. Und tschüss. Okay, ich hoffe, ich hab ihn nicht mehr gebraucht. Jetzt kann ich auch bewegen, ne? Und dann? Aha. Ah, guck mal hier. Perfekt. Okay, vielleicht hätte ich eventuell immer vorher runtergucken sollen. Aber man kann hier, äh... Zwar dieselbe Stelle wie jeden. Ist das Volvic oder Alkohol? So, jetzt nochmal von vorne hier. Aber jetzt kommst du drüber hier, Kollege Brandwurst. Ja, perfekt. Uh, 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 uh. Jojojo, bleib hier drauf. Gottes Willen, ey. Okay, jetzt geht weiter. Ich laufe. Ja, alles gut. Alles ganz entspannt. Okay, sind überall jetzt diese Kugeln. Oh, der Nachthümmel sieht geil aus, ey. Das hat schon... Uh, was muss ich jetzt mit den Bällen spielen, oder was? Das bringt mir was? Okay, das bewegt es so und das dreht es einfach nur. Ich glaube die Kugel muss auf das Podest, wa? Also davon gehe ich mal aus. Dann drehen wir das nochmal ganz kurz. Also ich gehe davon aus, dass die Kugel auf das Podest, wa? Aber es kommt gar nicht dahin. Kann ich die da irgendwie drauf fallen lassen oder so? Jetzt ist es doch genau da drüber, ne? Gibt es da noch irgendwo Buttons oder sowas? Okay. Okay, wenn ich das jetzt einmal um die eigene Achse drehe, dass quasi die Goldene links ist und die Lilane rechts. Jetzt? Also umgekehrt, so wie eben das. Wirst du doch eigentlich passen, oder? Der dreht die trotzdem wieder in die andere Richtung, ich verstehe es nicht. Das verstehe ich aber jetzt nicht. Weil ich glaube, egal was ich tue, wir gehen trotzdem wieder auf den Ursprung. Kann da auch nicht hinlaufen, ne? Ändern die sich, wenn ich hier runtergehe? Ne. Also ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Weil passiert es auch nicht hier, wenn ich die ganze Zeit jetzt hier drehe. Es dreht sich einfach nur, aber es passiert nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ah, guck mal, jetzt kann ich die da oben bewegen, oder? Auf jeden Fall leuchtet die Goldene da oben. Was kann ich mit der denn machen? Nix, ich kann ja überhaupt nicht mit interagieren. Okay, was kann ich auf der anderen Plattform machen? Okay, hier geht gar nichts. Okay, das verstehe ich mal überhaupt nicht. Ich stehe komplett gerade auf dem Schlauch, ne? Muss ich vielleicht das in die Position bringen, wie die Liliane ist? Ne, es geht trotzdem wieder zurück zum Ursprung. Kann trotzdem nichts machen hier, ich kann nicht interagieren. Ja. also ich kapiere es überhaupt nicht oder muss ich die vielleicht genau in die position bringen wie die beiden sind das kann natürlich auch sein dass wir dann diese hier okay gut okay ich musste sie genau in die position bringen wie oben die goldene war also die liga war genau vor der goldenen was ist denn hier star trek oder was es bringt aber nichts wenn ich hier weg gehe ist glaube ich da irgend irgendwas interagieren jetzt zeigt mir einfach nur die planeten konstellation kann man irgendwas machen ich glaube ich muss mir das ist einfach angucken war okay das war schon die show was geht denn jetzt ab hier die denn jetzt hier okay so sehen wir mich nicht was ist denn jetzt hier für world invasion du siehst mich nicht aber sieht mega gut aus wo hat der denn gewusst dass ich direkt da bin ist mit ihm verkehrt steht immer noch da ne der steht jetzt hinter dem schiff äh 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 ach jo kollegen machen wir noch aufstand so er ist jetzt da hinten schnell unter das schiff frage ich jetzt wie komme ich weiter ich komme jetzt gerade nicht weiter ich komme nur zurück aber nicht weiter oder auch nicht gut alles klar äh 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 oder so aaa jetzt wird die schulder los ojo was ist denn jetzt los nein ich habe auf den langen Hals da hinten geguckt das gibt es noch nicht ok konzentration wir rutschen jetzt hier mal gucken oh die Invasion hier ich glaube hier sind wieder welche ja komm mein Freund you're going back hallo ganz ruhig bieb 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 intelligentes leben ist es jetzt nicht ganz ruhig ui 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 ok gut alles klar man kann nicht vor den weg rennen ok gut dann machen wir die Metal Gear Solid Taktik hoch schnell 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 runter runter ganz ruhig ganz ruhig bieb 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 danke für ihren einkauf ihr Hewe glätter doch wie soll ich denn da weg kommen der hat doch nicht zu mir hingeguckt scheiße ruhe 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 ok 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 alles klar also triggern und dann damit die weg gehen gut alles klar comprendo uno ich check jetzt erstmal die Lage hier ist alles sinkrecht jo 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 oh wir sind jetzt auch oh oh ja erstmal Ruhe ganz ruhig erstmal ganz entspannt so aber das halt ein bisschen blöd ne das hat nicht so den Anreiz ich finde du würd's geiler finden wenn du irgendwie nur drei Leben hättest und dann wieder von vorne anfangen musst weißt du hier lebt irgendwas oder auch nicht wo soll ich denn da auch hinspringen da gab's ja nix irgendwo zum festhalten oder so was soll denn das ich hab dir da jetzt nix gesehen oder so oder übersehen da komm klettern wir nochmal hier hoch da komm klettern wir nochmal hier hoch ok hier kommt jetzt ah ok gut alles klar gut einfach runter klettern nicht runter springen ist nämlich zu hoch ok ich muss wieder zurück oder auch nicht doch ich muss komplett zurück so hier komm ich da her ne bin ich da eben hochgekommen ah ok so jetzt wieder keine dummheiten ja ah es wird hier sogar angezeigt mit so kleinen Lichteffekten ok oh oh jedes Mal Schisse einfach wie so ein dummen Batz dann einfach irgendwo hinlaufe ohne Sinn und Verstand oh oh nicht schön ruhig geblieben Kollege Schnürschuh ja nicht ausgetrickst wa mein Freund eine kleine Blechdose warte mal bis er sich umdreht ok ok alles nochmal gut gegangen ich hoffe dass man sein Schiff nicht kapern kann vielleicht schocken wo geht es hier hin mein Freund auch töten die sogar die Dinosaurier oder was das hier sein soll Tierwelt so ja ich habe schon gedacht warum ist der Sound auf einmal weg ach schade scheiße er war ja zu spät ei 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 ok jedenfalls wissen wir jetzt dass hier am Ende einer ist ich glaube der geht jetzt Richtung Schiffe wa ja er unterhält sich mit seinem Freund nein ich komme ja nicht hoch gibt es ja nicht ok 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 den habe ich nicht gesehen den habe ich nicht gesehen ich glaube der ist ein kleiner Scanner oder genau schön es leuchtet wieder grün scheint wohl alles ok zu sein jetzt warten wir mal ganz kurz so dann gehen wir mal direkt dahin wenn er zurück geht ich hoffe der guckt jetzt nicht hier hin das wäre nämlich jetzt richtig fatal ok 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 das ist meine Chance jetzt ok ok er kommt nicht hinterher alles gut alles gut alles gut alles gut was ist das oh jo was heißt denn hier Krieg der Welten oder was oh das sei mal eins zu eins Krieg der Welten die Dinger also nicht eins zu eins die Beine ja aber die Kugel oben nicht war nie rund von Krieg der Welten weiß ich jetzt gerade gar nicht ich muss mal ganz kurz gucken Krieg der Welten Bilder ja ok nicht ganz eins zu eins aber so ähnlich so ähnlich aber sehr sehr schönes Level Design da ist er ruhig nichts war nur ein Kaulquapper alles gut kennt ihr nicht der kommt genau hier hin kann ich nicht die Chance nutzen kann ich nicht die Chance nutzen jetzt auch nur eine oh oh zum Glück bin ich nicht gegangen so Schwein gehabt jetzt habe ich jetzt ne Vorhaut länger du die da gefehlt hätte bis er mich gesehen hätte hier wird es auf jeden fall wissen auf jeden fall nicht intelligent weil das intelligente leben wäre würde er wissen dass das ding eben mitten im wasser stand und nicht am rand willkommen anspringen hallo hoch mit dir was er mit ihm jetzt warum kann ich nicht springen mehr hallo oder war das gar nicht gewollt weil er guckt auch noch so hoch ich kann hier null interagieren ich komme hier nicht hoch ich habe die ganze zeit x gedrückt ist aber nichts passiert call me call me call me es ging jetzt schon wieder ab hier aber was feuern die denn hier einfach random oder was ok er hat mich glaube ich gesehen ich hätte einfach rennen müssen das kann natürlich sein wenn ich das jetzt hier verhindern ich muss rennen okay gut die haben mich entdeckt alles klar muss einfach rennen ja ich muss rennen nein 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 warum komme ich hier nicht durch genau schießt schön kaputt danke fällt alles auf mich runter aber passiert nichts jetzt rasten sie aber aus ey was ist das hier wo bin ich denn jetzt hier drin gelandet ey wir mal schick käferhausen oder was aber wenigstens mal ruhe vor diesem komischen robotern ey ok hier gibt es noch schlimmere sachen aber doch keine ruhe yo ey das sind die königinnen oder was ok möchte ich doch lieber ganz schnell wieder raus hätte ich irgendwas mitnehmen können kann man die eier hier bewegen ah guck mal ok das eine ei reicht wahrscheinlich nicht ne man kann die auch hochkant hinstellen oder geht das nicht ne das geht nicht ne das reicht nicht das reicht einfach nicht das ist natürlich Käse dann brauchen wir das hier oben irgendwie ne kommen wir hier irgendwie hoch das dicke Ei hätte ich gerne ne kommen wir da irgendwie hin das ist natürlich jetzt die Frage ne natürlich ne 1 plus jetzt ich schon wieder ich kann schon wieder nicht aufstehen jetzt ah guck mal hier perfekt da ist mein Ei jetzt komm ich hier hoch wunderbar ah ne ich schmeiß rausfliegen hier ich glaub's nicht oh jo ok gut vor dem müssen wir uns auch verstecken shhhh ja ok wir müssen hier runter irgendwie irgendwo irgendwie irgendwo irgendwann hier hier sind wieder so kleine Roboterbienen nicht gesehen wa mhm kleine Hohlbirne ist das Radio wie heißen die Seismometer ne Seismometer nicht diese Scanner die Radioaktivität scannen können oder feststellen können 1 zu 1 das Knacken davon achso hier kann man hochklettern hier ist noch ein dickes Ei das werde ich wahrscheinlich uuuuuhh ganz ruhig ganz ruhig genau entspann dich hat hier keiner hier was ne die Frage ist wohin mit dem Ei so weiter komme ich nicht und hier ist vorbei ah hier hin ah ok ok man kann hier links hochklettern das wusste ich nicht stimmt aber sieht man ja komm ich schnell bevor der Kollege da hinten wiederkommt ah sehr geil sich an als ob das Level Design bläht ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig kommt was zieht dich da jetzt genau ach hoch mit dir da jetzt Keiner da. Lass dich vergucken, mein Lieber. Scheißhaus Käfer. Genau, flieg mal schön davon, flieg mal zu deiner Mama. So, hier kommt jetzt ein Käfer, ne? Oder auch nicht. Doch, da ist er doch. Der kommt jetzt gleich hier hin. Okay, er kommt einfach Gornit. Doch, da ist er. Aber ich muss jetzt quasi da rüber, ne? Am besten von ganz oben. Da habe ich nämlich eine weitere Entfernung quasi, oder eine kürzere Entfernung. Komm, flieg aus dem Bild, ja. Ganz ruhig, hast nichts gesehen, da war irgendwie Schatten oder so. Na, hol mal ab. Danke. Ui, ui, er trammelt mich einfach platt. Okay, alles klar. Und wieder. Gut, dann warte ich halt, bis er vorbeiläuft. Entschuldigung. Ja, was ist das denn für ein Käfer, ey? Die Rometer sind auch wieder am Start. Frage ist natürlich, wie komme ich an ihm vorbei, ne? Ich komme gar nicht an ihm vorbei, hä? Ich habe gedacht, genau in dem Moment, wo er sich umdreht, laufe ich vielleicht an ihm vorbei, weißt du? Vielleicht möchte ich auch irgendwie so ein Ei hier nehmen, aber hier ist kein Ei. Ei hier hinten irgendwo was? Da lag hier irgendwo Ei rum, was ich nehmen kann? Ne, ne? Hier lag auch kein Ei rum? Ne. Hm, wie trägt sich den denn jetzt aus? Okay, er bewegt sich immer gleich. Vielleicht trägt er sich wieder um. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal was anderes... Okay, gut, ich kann nix machen. Ist jetzt blöd. Klar, wenn er mich erschießt, springe ich an ihm vorbei, ja, das ist richtig. Okay, vielleicht so, ja, das wäre vielleicht eine Idee, aber dann kommt er noch mehr hier rein, ne? Ich drücke aber gerade alle Knöpfe, ich kann da nicht interagieren. Dann habe ich eben bei ihm auch selber gemacht, wo ich vor ihm stand. Aber er macht einfach nix. Okay, gut, ich weiß, was ich machen muss, alles klar. Okay, sehr gut, alles klar. Okay, sehr gut, alles klar. Und tschüss. Daher weht der Wind. Okay, perfekt. Danke, mein Lieber. Sympathisches Kerlchen. Stinkt wahrscheinlich wie die Hölle, aber sympathisch. Bin ich nett. Ich hoffe, ich komme jetzt gleich noch mal wieder raus, ich kriege gleich einen Grünstich. Das ist gar nicht meine Welt. Oh, hier oben ist ein Ei. Kann ich hier klettern mit? Kann ich hier? Hallo? Oben war auf jeden Fall ein Ei. Ich habe mich doch versteckt, Kinder. Wo ist denn euer Problem jetzt hier? So, hier oben ist ein Ei. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Kann ich damit interagieren? Nein, ich drücke jeden Knopf, ich kann damit go nix. Kann ich hier irgendwie hoch springen, hochklettern? Ja, perfekt. Da ist das Ei. Ach! Wilma ist wieder da. Danke, mein Lieber. Oder meine Liebe. Entschuldigung. Äh, bitte sterb nicht. Ah, okay, gut. Das war so vorgesehen. Oh, jo. Schnell weg. Okay, die sind alle abgelenkt hier. Ich renne einfach mal durch jetzt. Was hat er hier? Okay, ich hätte rennen sollen. Ja, ich hätte rennen sollen. Gut, das machen wir jetzt. Dann einfach rennen. Wir warten kurz, jetzt rennen wir. Okay. Okay. Weil nicht, dass ich zu früh an dem vorbeikomme und dann knallt er mich ab oder so. So, ich glaube ich kann hier rüber, ne? Ja. Ja. Okay, gut. Schwein gehabt. Dann hier hin. Was ist das hier? Okay, gar nichts. Wie gesagt, man kann damit irgendwie interagieren oder so. Hier ist wieder irgendwas rot. Mahlzeit, Navind, hallo. Bin mal eben beten. Also auf Klo oder was? Mach das. Bin mal eben beten, ey. Macht man das nicht sonntags um 11? Porzellan-Gott, ja. Bete für mich mit, bitte. Nee, runter, runter. Danke. Ach. Ja, komm mal hier, konntest du rennen. Nur hier kommen jetzt gleich Augen. Hier. Mal warten. Mal warten. Mal warten, wo muss ich jetzt fliegen? Mal warten, jetzt fliegen. Mal warten, was soll ich mit den Bohrdingern hier? Mal die Tunnel bohren oder was? Mal den Örotunnel? Mal den Örotunnel. So, hier kommt nix mehr, ne? Ne. Hallo? Okay, man kann auch quasi runter, aber sehr schönes Level-Design, habe ich jetzt schon drei- oder viermal gesagt, aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Sehr sexy. Komme ich jetzt hier wieder nur zurück oder anscheinend, ne? Okay. Schiss, dass hier irgendwas zusammenbricht oder so. Okay, hier muss ich dann runter. Nichts passiert, alles gut, keine nennenswerten Verluste. Dann ab hier hoch. Okay, doch oben lang. Ist, glaube ich, besser. Mann, ey! Ja, leck mich doch am Zimmer, ey. Ach! Wo geht's hier weiter? Ah, gar nicht. Kommen wir nur wieder zurück. Okay, gut, das bringt einfach gar nix. Perfekt. So, wie komme ich da jetzt hoch hier, Kinder? Kann doch nicht euer Ernst sein. Ist hier irgendwo eine Ranke oder so? Ne. Ich komme auch nicht auf den Stein dahinter. Oh, das bringt einfach... Ah, bringt einfach nix. Komm ich hier irgendwie dran vorbei? Ne. Ganz komisch. Hm. Aber er zeigt mir auf jeden Fall an, dass ich hier runter muss. Und dann? Na gut, der kann mir mal anzeigen, wenn ich da hoch muss, ne? Ist eigentlich Jacke wie Hose. Aber hier ist auch nix, mit was ich irgendwie interagieren kann oder so. Das ist halt die Frage hier. Und hier komme ich nicht lang, weil der... Obwohl, da sind so Symbole auf dem Baumstamm. Kann natürlich sein, dass ich den bewegen kann, ne? Das ist ja auch kein normaler Baumstamm. Wir gehen besser mal ganz nach hinten. Reicht das schon oder was? Tatsache. Ja, muss aber auch da oben bleiben, Freund. Hallo, ey! Sama! Gott sei Dank. Okay, die Roboter sind auf jeden Fall nicht mehr da. Dafür fliegen irgendwie Pottwale am Himmel rum. War nicht schlecht. Das nenne ich mal große Vögel. Die komischen Affen sind hier auch wieder. Okay, Roboter wieder. Oh, da konnte ich grad irgendwie interagieren. Okay, ich denk mal Nacht, ne? Beruhig dich. Ich glaube, jeder Tag ist über, da kann ich mich nämlich hier in den Dingern verstecken, ne? Ja. Baby. Ich hab gedacht, der stand neben mir. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Tag wegen den Pflanzen hier. So. Dann. Du hast nichts gesehen. Jetzt mach nicht diesen. Geh mal schön da rüber, geh zu deinem Schiff. Äh, ich schwitz gleich eh auf WoW. Okay. Ganz ruhig. Ist keiner online oder was? Was ist denn Schott? Okay, gut. Dann müssen wir kurz da rüber gehen. Ja, piep mal. Das war in dem auf jeden Fall vorbei und dann direkt warten, nicht wieder losheizen. Ja, komm. Tschüss. girls. Vielen Dank.